Guten Morgen Leute! Es geht für uns heute in den Antong Nationalpark von Kusamui. Ich freue mich mega, mega dolle. Ich freue mich irgendwie immer, wenn mein Video anfängt. Auf jeden Fall ist es halt so ein Nationalpark, da kann man schnorcheln gehen, da gehen wir Kajak fahren. Zwischen so Gestein und so, also es wird richtig, richtig cool. Wir haben unsere Unterwasserkamera dabei. Ich freue mich und jetzt steigen wir aufs Schiff! Wir fahren jetzt eineinhalb Stunden und dann sind wir da. Die Hände sind da. Und dann eine lefte, eine righte, eine lefte, eine righte, eine lefte, eine righte. Heute morgen. Eine lefte, eine righte, eine lefte, eine righte. Guck mal, der verlassen den Strand. So Leute, also nur, dass ihr jetzt wisst, was abgeht. Wir fahren jetzt mit einem Longtailboot gleich zu einem anderen Strand. Von dort aus werden wir dann zum Aussichtspunkt gehen. Und das ist jetzt so schön. Und danach gehen wir Kajak fahren, so um die 40 Minuten. Also ihr habt schon gerade gesehen, wie geil es selber aussieht. Mit so einem Boot sind wir auch gefeuert. Das war so heftig gerade, Leute. Dieser Weg nach oben und wieder nach unten. Ich hoffe, dass ihr wiederiusst Researchen geht. Und das war schon ganz intensiv. Dann ging es im Kopf. Aber man hat auch schon recht, wie geil ist es. Und dann geht es um die Kaffee. Das war schon. Wie geht es um, wie oft war. Es geht mit dem Spielhaus. Musik Komm, wir springen, Mann. So, wir sind jetzt eingekommen, wollen euch schnorcheln gehen und wir bekommen jetzt halt Schnorchelmasken ausgeliehen, ganz kostenlos und ja, los geht's gleich. Leute, das ist so krass. Wir laufen jetzt übrigens, ich kann nicht mehr filmen, nochmal 100 Meter hoch. Oh mein Gott, ab. So, hier kann man mal wieder hochleiten. Und zwar 500 Meter und wir sind jetzt bei 100 Meter erst mal angekommen und werden aber nicht alles hochlaufen. Oh mein Gott, das ist schon so schön. So, Leute, wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg leider. So, Leute, hey aus meinem Bungalow. Ja, ihr habt's vielleicht gesehen, bei der Kajak-Tour konnte man echt nicht viele Aufnahmen machen, weil wir mitziehen mussten. Wir waren richtig langsam, also wir sind nicht gut im Paddeln. Deswegen gibt's nicht leider nicht so arg viele Aufnahmen, aber ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Also generell jetzt so der ganze Vlog. Und Leute, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, ich habe den Vlog diesmal etwas kürzer gehalten, weil wirklich viele von euch geschrieben haben, dass die Vlogs vielleicht nicht so gut angeklickt werden, weil die zu lang sind. Jetzt versuche ich das mal hiermit und bin mal gespannt. Und ja, ich danke euch übrigens wirklich für euer Feedback zum Thema Vlogs und allem. Dankeschön und jetzt reden wir nicht weiter und wünschen wir eine Gute.